Ein herzliches Willkommen zurück zu The Forgotten City. So, wir sind gerade dabei, mit allen möglichen Charakteren hier zu sprechen, um mehr herauszufinden. Allerdings muss ich sagen, die verwirren mich eher. Ich glaube nicht so, mein Freund. Es ist Election Day heute. Vielleicht wird unser neuer Magistrat mehr als Senches sein und wird dich rauslassen. Ich hoffe, so. Hilarious. Was passiert, wenn du sterben? Du wirst nicht sterben irgendwann bald, oder? Meine Mutter sagte mir, wenn du sterben, ein Ferryman hilft dir zu crossen einen Berg und dein Spirit lebt in der Unterwelt. Ist das wahr? Na ja, ja, aber... Ist es wahr, dass, wenn du gut bist, du gehst an Elysium? Ja, aber wenn du sterben bist, dann wird dich für immer und immer verletzt. In den Tartaren. Oder etwas so, aber... Wenn ich sterbe und gehe in den Tartaren, dann sage ich, dass ich sterben bin. Ich werde das nicht passieren, Dulee. Ich versuche. Danke, Galerious. Danke. Okay, interessant. Ich will mal gucken, wo ist denn hier... Was ist das? Ne, das war's nicht. Ne, 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 ne? Ach, hier. Dulee? Doch der hier. Arbeit im Warenhaus eingesperrt. Einer, doch. Okay. Was ist das? Ich habe nicht... Ich habe das nicht... Na gut. Ich mache auch gleich mal mit... Nein, 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 nein hier. Hallo? Hallo. Uh... Hallo? Hallo. HaFly. My name's Dooley. I live here now because I got in trouble and they... they said they had to lock me up. I don't know. I don't remember things so good. I think it's just because I was. Looking for treasure. Yes. Yes, but I wasn't, I was just looking, they said I did it, more than once, but I can't remember things so good, then they called me mean names, they called, they called me a liar, Billy. Yes, they said I have to live here now and gave me this letter, but I'm not good with what else. Do you think you could read it for me? Also, oh, this is right so interesting, do Ilius. Ich schreibe euch hinsichtlich eures unverbesslichen antisozialen Verhaltens, was aus eurer Besessenheit von einem sogenannten verlorenen Schatz rührt. Ich fühle mit eurer Notlage und dem Ableben eures Vormunds Hannibal vor einigen Wochen mit, doch ich muss euch eine wichtige Nachricht überbringen. Der Schatz, den ihr sucht, existiert nicht. Durch eure Gedächtnisschwierigkeiten liegt es nahe, dass ihr euch einfach falsch erinnert habt. Vielmehr, da ihr bei verschiedenen Anlässen niederrechtlich Orte betreten habt, einschließlich der Umgebungssetz-Sisterne, die für alle Bürger untersagt ist, bin ich widerwillig zu dem Schluss gekommen, dass ihr eine Gefährdung für die Gemeinschaft darstellt und eure Freiheit eingeschränkt werden muss, sobald ihr die goldene Regeln brecht. Ich hoffe, dass dieser Brief euch dabei hilft zu verstehen, weil ihr mir inhaltiert wurde, falls ihr zukünftig weitere Gedächtnisslücken erleiden solltet. Das ist schon gemein. My treasure! Mein Freund Hannibal used to look after me. Er sagte er, er sei. Er saß war. Er sagte, es wäre sehr schade. Er sagte, wenn etwas überhaupt zu ihm tiere, würde ich herausfinden etwas sehr precious, um zu lösen. He gave me this key and made me promise to keep it safe until I found the treasure. But I couldn't find him. All I remember is he said something about the cisterns. But when I went up to the high one, they put me in here. Now nobody looks after me. Except my friend Galerius. And Ek. Ek. The priest doesn't love springtime. She's a nice lady. Hannibal said I shouldn't give it to anyone I didn't trust. But maybe you could help me get out of here. Then I would trust you a lot. Galerius already tried that. He said the magistrate wouldn't listen. No matter what. What about the rules? I don't want everyone to get in trouble because I was bad. Galerius? He's nice. I like Galerius. He made me a doll and everything. If you help make him magistrate, he can get me out of here and I can give you the key to my treasure. Hannibal said it was in the cisterns. I can't remember what it was. Just that it was way up high and very precious. He made me a doll. I love you. 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 Bye-bye. Hey, bye-bye. Wo bin ich denn jetzt? Ah, da ist dieses, da kommt der raus, der stirbt. Nein, ich weiß. Nein, nein, nein. Ja. Das ist schon ein Psycho-Kick. Lauf bitte nicht dahin, ja? Schauen wir, was langläuft. Da hinten rein. Jetzt guck ich mal selbst. Nein. Okay, das war ein bisschen dumm. Shit. Ah, ärgerlich. Okay, man kann in dem Spiel also sterben. Na klar. Das wollte ich ja nun testen. Das war ja klar. Das habe ich bewusst gemacht. Wieso lädst du denn so lang? Mach mal. Ich bin mal gespannt, wo ich jetzt rauskomme. Ideal wäre es nach dem Gespräch mit ihr gerade. Das wäre top. Ja. Ja prima. Kann man nicht ein, ja? Ich hoffe immer, irgendwas Spezielles zu entdecken, aber... Oh, was habe ich jetzt durch Zufall entdeckt? Das finde ich gut. Das finde ich super, sehr gut. Ja, aber da würde ich sterben. Das wollte ich nicht. Ah, das war ziemlich dumm. Aber letztendlich haben wir nur gesehen, wie wir mit dem Seil da hinkommen können. Gucken jetzt mal, was die Handwerker macht. Ach, ich habe ihn ja von Weitem gesehen. Salve. Ein römischer Ambers. Ohne Horn sieht das seltsam aus, aber das muss eine moderne Innovation sein. Ich mache Asche. Mich würde mal interessieren, für was das hier war. Das ist echt interessant. Mir damals schon aufgefallen. Mama. Guck mich nur mal um. Eine Notiz ist auch wieder, dass Vergil ein Sünder ist. Vergil, sie sehen euch vielleicht noch nicht, aber ihr solltet eins wissen. Ich sehe euch. Ganz schulige Nachrichten. Jetzt geht mal die Speck ab, bevor wir alle für eure Sünden leiden. Das ist noch was, oder? Salve. Ja, ja. Vergil, wollt ihr wirklich nicht so hin auf die Gegend, die uns alle an mich nennt? Also. Erzähl mal. Ah, ein neues Gesicht. Salve. Und willkommen zu einer kleinen Gemeinschaft. Mein Name ist unmöglich zu pronunzen für die meisten Menschen. Also kannst du mich nur verheiratet. Gut, ich bin ein Architekt. Oder zumindest war ich in Rom. Das ist wahrscheinlich ein grandioses Wort, um zu beschreiben, was ich hier mache. Ich helfe mit den Verkaufeln und versuche, dass die alte Gebäude von kollapsieren. Das ist wahrscheinlich nicht so, dass du über die ingenieuse Architektur oder mysteriöse Historie dieses Ort hast. Mhm. Oh, ich bin froh, dass du gefragt hast. Einige dieser Schrein wurden seit hundert Jahren konstruktiviert. Das bedeutet, dass die Romaner hier vor allem so lange gekommen sind. Aber es gibt eine Sache, die mich überrascht. Der größte Schrein in dieser Strecke ist nicht Roman, es ist Grieke. Das ist wirklich interessant. Die Storien, die sie erzählen können. Glücklich. Persönlich, mein Lieblings-Gespaar von diesem Ort ist die Aqueducts. Die series von adjoiningen Arches. Sie sind ein ingeniouses Feat von Romanen, mit einem sehr praktischen Grund. Sie nehmen frische Wasser, die von außerhalb der Stadt auszunehmen, und werden es überall über den Chasm. Es ist unter dem Palais und in eine Cistern, unter dem Great Temple. Einige davon fließt in eine andere Cistern, unter den Villas. Und die resten ist verabschiedet nach dem Schrein von Proserpina, wo es die Wälder befindet. Und es gibt uns die Fischung und Färmung. Hey, nicht so laut. Nur darüber sprechen, könnte das die Gäste, für alle wir wissen. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist. Aber du musst in eine Weise finden, dass du irgendwie ein Weg findest. Nur, bitte, versuchen, etwas diskretes zu sein. Ich sage nicht, dass du das Great Temple bist. Das ist ein bisschen ein Mysterium. Given die Weise, dass es so prominently positioniert ist, nach uns auf uns schaut, ist es klar, dass jemand, die es gebaut hat, fühlte, dass es das wichtigste Tempel in der Stadt war. Unfortunately, jemand anderes fuhr aus der Weg, um seine Wälder zu halten, ein Mysterium zu halten. Siehst du, dass ein Tempel in einer bestimmten Gäste befindet, wie Proserpina, oder Diana, oder Apollo. Siehst du, dass dieser Gäste ist obvious. Aber in diesem Fall ist es unbekannt. Es gibt ein Obelisk auf der Front, der wahrscheinlich an den Namen des Unklarischen Gäste befindet, aber es scheint, dass ein Barbarian ihn befindet. Und natürlich, wir können nicht in die Gäste, weil es lockerer ist, als der Tempel von Saturn in Rome. Und das hat die Treibung. Okay. Spannend. Spannend. Hm. 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 Die Arbeit von einem Gott. Aber ich bin nicht so sicher. Es scheint mir einfach so... ...flawed zu mir. Wie es... distinctlich... human. Ich meine, wenn du hier lange genug bist, hast du Leute tun Dinge, die dir so falsch sind. Aber dieser so-called Gott scheint nicht zu interessieren. Das bedeutet eine der zwei Dinge. Entweder du nicht wissen die Unterschiede zwischen richtig und falsch, oder... ...dieser unerwähnt Gott nicht. Und ich bin ziemlich sicher, dass ich die Unterschiede. Hast du? Gut. Dann hoffe ich, dass du mit dir verstanden hast, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt, mit falschen Rulern zu tun. Der erste ist, zu verlassen. Der zweite ist, zu entfernen den Rulern aus der Kraft. Und es scheint, dass zu verlassen, vielleicht nicht eine Option. Ich bin froh. Es ist besser, wenn ich nicht mehr sagen sage, aber... ...ich hoffe, dass du dir etwas anderes geben kannst. Schau, ich habe nichts falsch gemacht, wenn das, was du denkst. Oder du denkst. Ich habe einen Problem mit meinem... ...präferenz mit einer männlichen Verkaufung. Hey, nichts von dir. Ich trage mich, hm? als ich habe, in der Stadt Noviumagos. Sie erwartet eine bessere Hostilität. Die Vatavi sind nicht für ihre Toleranz. Ich habe genug Freunde getötetet oder ausgedritten, um zu wissen, dass die Kosten nicht zu halten, für dich selbst. Also habe ich, wer ich war, für... was war es? Wie war es? 10 Jahre? Watching, was ich dann gesagt habe, aber das Kind der Angst, macht dich langsam an, bis zu leben, wenn es nicht besser ist, als die Dinge, die du Angst hast. Nichtsdestotrotz, weil ich jetzt im Untergrund leben, Halfway über den Wettbewerb, mit einem besonderes Namen, meine Aufmerksamkeit nicht so gut zwischen den Erstaublichen Folgen der Vatavi. Schön für dich zu sagen, aber nicht notwendig. In jedem Fall, die Romans sind viel mehr akzeptiert, und zwischen ihnen, ich bin, wie ich bin. Oder zumindest, ich dachte, das war der Fall. Es scheint, dass ich falsch war. Es ist nicht nur Graffiti. Vielleicht ist es schon gelesen. Ich habe auch eine Kollektion von handwritten Noten gelesen. Das dritte Sache ist, ich habe meine persönlichen Erfahrungen für mich selbst. Ich habe nie wirklich wirklich interessiert in den Menschen hier, nicht meinen Typ. Also bin ich nicht sicher, was ich hätte getan haben, um diese Person zu verletzen. Wenn ich es zu glauben hätte, würde ich sagen, es ist wahrscheinlich einer dieser Kultisten. Ich weiß nicht, dass ich nur ein Gott verletzen kann. und dass er meine Natur als ein Sinnen ist. Kannst du das glauben? Wenn es jemanden hier gibt, werden sie nicht verletzen. Nicht, seitdem sie verletzten, eine halbe von Rom letztes Jahr und in die Gefahr verletzten. All ich weiß, wenn diese Angelegenheiten immer weiterentwickeln, irgendwann mein secret Admirer wird crossiert und verletzt das ist ein goldenes Wieso? Ach, stimmt! Natürlich! Du fielst in seinem Platz? Das war riesig. Wir sind Glück, dass du keine Länge überrasst. Hast du über ihn gesprochen? Ich würde ihn selbst sprechen, aber ich denke, das würde einfach die Situation verletzen. Es ist wahrscheinlich besser, wenn du es machst. Wenn du es nicht bemerkst. Ah, ja. Well, Malleolis spricht darüber, zu verlieren einige der Restriktionen in diesem Ort. Und weil es alles ein bisschen weg ist, zumindest hat er eine Vision. Aber dann werden wir alle sterben. Mein Wahl ist nicht für Verlust, wenn das was du fragst. Schön, mit dir zu sprechen. Okay. Gut, wer sind das denn? Ja, hier gibt es wieder einen Haufen Leute zu blübern. Mach mal, geh weiter. Da bist du. Ja, geht's. Ich bin Georgiou. ganz ähnlich wie du. Sag mir, ich muss wissen, aus welchem exotischen Teil des Weltes hast du dich? Und jetzt hast du mich mehr enttäuscht, als vorher. Aber, weil es erscheint, dass du nicht was du sagst. Oh, sympathisch. Oh, das wäre nicht schlecht. Auf jeden Fall schöne Armhaare hier. Toll. So was? Ja, ja, ja. Ja, ich sage dir, es ist genau genau wegen der Golden Rule dass ich mich daran erinnern den wichtigsten der Beste zu sehen. Ich sage, je mehr die wir hier je mehr kann man behalte, je besser unsere Chance zu behalte. Entstehen Sie? Oh, und da ist auch eine andere Grund. Wenn wir alle als Golden Statues für die Zukunft zu marvelen, ich weiß nicht über dich weiß nicht. Ich würde meinen besten sehen. Haha. Eine gute Frage. Eine sehr gute Frage. Eine sehr gute Frage. Und ich wäre glücklich, euch zu erzählen, wenn ich es nur mir selbst selbst erinnern könnte. Hm. Ich erinnere mich, dass ich gerade in Rome um eine unglaubliche Beleidung zu verkaufen. Und, droningend in Coin, habe ich entschieden, meinen Erfolg zu erinnern. Ich erinnere mich eine prächtige Villa in der Tiber, erinnere mich ein paar selten Freunde, und wir haben angefangen, durch ein paar Wien, Money, zu kaufen. Quite viel in fact. Nun, ich hatte visions und wohnen in strange places before. Ich habe sogar mich in die deserts nach und nach die Menschen schreien, dann zu als Zeit vor der Geist, dann nichts. Wenn ich regalte meine Facultaten, bin ich bei den Tibern, Gott weiß, wie viele miles von meiner Villa. Das ist auch ein Geheimnis. Ja. Ich würde sagen, dass einige Leute erinnern. ist eine Green Card. Hey, erzähl mal. Ah, ich habe nichts vor. Ja, ich bin Witzpult. Stimmt, warum machen die das nicht? was ist. komisch. Ah, okay. Witzpult. 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 Ich bin von Witzpult. Die Grain wurde in den Häusern geflogen, und die Riefer wurde aufgerufen. Innocenten Menschen sterben durch die Tens der Tausend, bis die andere Gäste wurden verpflichtet, bis sie keine Worshippers haben. Also, ja, wir wissen diese Regeln. Das ist immer der Fall. Die Gäste Regeln hat es nur mit dem Fokus gebracht. Wenn wir zu überleben, ich sage, dass wir alle den einfachen Wissen der Thales von Miletus, der erste von den 7 Sagen von Grieß, sagte, »Avoid doing what you would blame others for doing!« » 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 was ist das für ein raum ich möchte es nicht wissen einen Schilden können wir mal was Färbemittelsammlung sie wurde oftmals aus Pflanzen und Insekten gewonnen ja achso ok, dann haben wir den auch mal hinter uns was finde ich noch kurz was gucken es war ein Schneiderlein das würde ich mir mal angucken die vielen werden für die Sünde einsterben ja, ok ich dachte es ist irgendwas besonderes hier nicht zu gehen, aber ich bin getäuscht was tut es, Galerius wo treibst du dich denn hier mal rum? also wir bleiben auf jeden Fall hier aber wir machen bei wenigstens mal weiter so, danke ich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bis denne tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal